Wir sind hier in der Hochbruch des Köhner Karnevals und wir machen hier die Lesben-Kiss-Challenge. Guck mal, ob ich 20 Mädchen in 30 Minuten küssen kann, weil zur Zeit des Karnevals wird hier aufgebützt. Ich muss eine Challenge für YouTube machen und dann muss ich Frauen küssen. Wärt ihr dabei? Nein. Ja, okay, ja, okay, ich bin nicht deutsch, aber ich kann ein bisschen... Auf den Mouth. Auf den Mouth. Kein Problem. Wir machen das. Du auch? Ja, schön. Wärst du dabei? Auf den Mund. Komm schon ins Karneval, das können wir noch mal machen. Aber meine Freundin, die macht das sicherlich. Wir sind dabei. Ja. Ja, komm mit. Also wir stehen direkt am Eingang, komm mit, wir sind dabei. Also willst du mich küssen? Ach dich? Ich dachte meine Freundin. Nein. Ach so. Ja, dich kenn ich ja nicht. Ja, aber trotzdem. Warum nicht? Ist doch Karneval. Ja, aber deswegen küss ich ja keine fremden Leute. Ich kenn dich ja nicht. Ich weiß ja niemals, wie du heilst. Ich weiß ja niemals, wie du heilst. Ich weiß ja keine Schlampen, also nicht irgendwelche Leute küssen. Wirklich nicht? Könnt's mal versuchen. Aber ich kenn dich ja nicht. Warte mal, wo land ich denn jetzt gleich, wenn die das filmen? Auf YouTube. Ah ja, okay. Aber ich würde trotzdem nicht machen, weil ich dich nicht kenne. Okay. Ich küsse gerne, also ich küsse nicht gerne Frau. Ach so? Nein, nein, ich werde auch nicht dabei. Wirklich nicht? Warum denn nicht? Sie hat einen Freund und ich mach das generell nicht. Ja, okay, gut. Entschuldigung. Werd ihr dabei? Ja. Okay, auf den Mund. Du möchtest mich küssen? Ja, auf den Mund. Ach so, okay. Du auch? Ja, klar. Danke schön. Ich küsse mich. Ach so, ja. Du auch? Ja. Wirklich nicht? Warum denn nicht? So besoffen sind wir jetzt auch nicht. Wirklich auch nicht an Karneval? Nee. Sorry. Okay. Ich bin eigentlich viel zu wenig hier auf dem Level gerade. Aber du bist kurzer Kuss. Wem denn? Mich? Dankeschön. Okay. Okay. Ja. Okay. Du auch? Nein. Okay. Reicht an. Wärst du dabei? Ja. Mich küssen auf den Mund ganz kurz. Dankeschön. Wärst du dabei? Was soll ich schon random? Wirklich nicht. Warum nicht? Keine Wahl. Ja, aber Grenzen sind Grenzen. Na gut. Möchtest du was sagen zum Geschehen? Zum was? Zum Geschehen. Zum Geschehen? Ja. Es ist heute, was hier passiert ist, richtungsweisend. Eine neue Ära bricht an. Lesbische Küsse sind die neuen Schwulenküsse. Was soll ich sagen? Und wissen Sie auch, dass wir viel zu viele Heteros sind? Viel zu viele. Eine Heteromanie. Ja. Fertig, oder? Machen wir jetzt kurz hier... Du auch? Ähm... It's for you too. Kiss me off the mouth. Ich glaube, da hat er was gegen. Was? Also ich hab da was gegen. Der ist auch sehr locker im Speck hier. Sehr locker im Speck. Wirklich nicht? Weil Karneval... Die Judith muss da kurz rummachen. Okay. Okay. Danke schön. Sehr gut. Sehr gut. Alles gut, danke. Richtig küssen? Ja. Kannst doch ganz kurz sein. Muss ja nicht so... So wie unter Freunden. Muss ja nichts. Finden wir dir bestimmt gerne. Ich bin ja keine Frau. Ganz kurz. Also nur so ganz kurz wäre ich dabei. Ja. Okay. Gut. Danke. Warum küsst? Komm, mach mit, Sophie! Komm, sie macht mit, sie macht mit. Du musst mich hier küssen. Du musst mich küssen. Du musst mich küssen. Ach du Gott. Ja komm auch. Ganz kurz, weil das ist der Finale. Komm noch eins. Okay. Ich hab die Challenge geschafft. Das war schwieriger als erwartet, weil die Leute hier viel zu heteronormal sind. Und deswegen fand ich es einfach ein bisschen schwieriger als gedacht. Weil im Karneval ist man ja ein bisschen offener. Und generell sollte man ja auch offener sein. Aber trotzdem waren sie immer sehr freundlich. Man wurde nicht beleidigt. Und ja. Ciao an die Girls. Danke für die lieben Küsse.